Ein Messer. Einmal liebte ich die Geschenke. Mein Vater packte 10 Packs mit 10 verschiedene Socken, um mich etwas zu packen. Es war lustig, aber es war nicht ein gutes Geschenke, um die Socken zu bekommen. Empty Box. Ich feiere keine Weihnachten, aber ein Geschenk. Bei allem kriegt man ein bisschen Geld. Das war das Beste. Jedes Geschenk ist gut. Als ich 6 Jahre alt war, wollte ich eigentlich Fernsehen und Spiel haben. Aber meine Eltern haben einfach Fußballschuhe geschenkt. Ich glaube, da muss ich passen. Als Kind habe ich keine Erinnerung an ein Geschenk, das mir gar nicht gefallen hätte. Ich glaube, das sind Socken gewesen. Weiß ich nicht mehr, aber es gab schon ein, zwei Geschenke, die mir nicht so gefallen haben. Aber kann ja mal passieren. Eigentlich glaube ich nicht, dass ich etwas schlecht bekommen habe. Alle Geschenke sind gut. Ich glaube, ich bekomme eine Nike-Bag-Gruppe, als ich ein Kind war. Wenn ich Geschenke bekomme, bin ich immer glücklich. Deswegen, es gibt keine schlimmen Geschenke. Ich glaube, das ist gut. Ich weiß nicht, dass ich das nicht so gefallen hat. Ich glaube, dass ich nicht so gefallen habe. nicht nur zu viele Minuten.